Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Action Serie Das kurze Leben einer Reprobox. Für alle die erst später zugeschaltet haben, erkläre ich noch einmal was wir dazu brauchen. Man nimmt einen Aschenbecher, ein Zippo und eine Reprobox. Diese Reprobox falten wir auf, nehmen das Zippo und zünden diese gottverdammte Reprobox an. Ein schön hartnäckig das Teil. 10g. 10g. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.